Keine Rührung von den Skeletten da oben, aber die ersten Urorkaufbolde bewegen sich schon. Ach du meine Güte. Sprecht, das ist nicht weit. Es ist mir eine Ehre, was ihr wollt. Total vergessen, den Seelenstein zu aktivieren. So, Seelenstein ist aktiv. Sprecht, das ist nicht weit. Ja, Orcs besitzt eine dicke Haut. Stand halten, Männer. Sofort. Wie ihr wünscht. Die Rune ruft. Wir werden angegriffen. So, okay. Okay. Wir werden angegriffen. Die nächsten beiden Orks kommen. Aber ja, solange es nur einzelne Orks sind, ist das Ganze kein Problem. RASCH! Das ist nicht weit. Die Rune ruft. Wie ihr wünscht. Der hat gut gesessen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Was ist euer Begehr? So, holen jetzt das nicht den Förster oder so, die Segemühle? Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Wir sind jetzt ein Hinterhalt. So, ich muss das nicht umgehen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden eigentlich das nicht umgehen. Wir werden die Segemühle verbreiten. Wir werden das nicht umgehen. Wir werden das nicht umgehen. Ja, das Gute ist, ich habe eine 7er-Elfen-Rune. So, Förster. Ja, der passt genau da rein, wo ich ihn hinhaben möchte. Das ist gut. Das Bauwerk ist vollendet. Das ist nicht weit. So, will ich erstmal jetzt eine Kriegerhalle oder zwei Waffenkammern haben. Oh je. Aschenskelette. Das heißt, von oben kommen doch Untote runter. Kann aber sein, dass sie in die Trolllager laufen und getötet werden. Oder ich baue jetzt gleich das mittlere Haupthaus auf. Wo ist es denn? Es ist mir eine Ehre. Ja, das ist schön. Ne, das Aschenskelett weiß genau, wo es hin möchte. Auf der Stelle. Ja, sofort. Äh, will ich das kleine Linie oder gleich das große Linie? Sofort. Na, du bist ein bisschen kurzsichtig, dass du mich erst jetzt bemerkst. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Stand halten, Männer. So, den locken wir auch gleich an. Vorsicht, Gegner. Wir werden angegriffen. Oh, der wollte schon weglaufen. Runenkrieger, zu mir. So. Einmal heilen. Ah, da kommt schon das nächste Aschenskelett. Das ist unschön. So, gleich noch eine Waffenkammer am besten. Es ist mir eine Ehre. Was brauche ich denn für dich? Ein Elenhain und eine Schützenhalle. Okay. Das heißt, ein Elenhain wird noch errichtet. Oder am besten gleich zwei Elenhalle. Sprech, dorthin. Ich eile. Ah, Elenhain. Meine heilige Pflicht. Vorsicht, Gegner. So, erster Troll weg. Das ist ein Hinterhalt. Das Bauwerk ist vollendet. So. Zwei Schützenhallen brauchen wir jetzt noch. Dann noch ein Elenhain. So. So, da ist alles in Ordnung. Hier sammelt fleißig Lenya. Das ist auch in Ordnung. Das war's. und Wir werden angegriffen. So, gleich noch mal eine Schützenhalle. Wir platzieren erst mal den Meisterholzfiller. Das ist nicht weit. Wir können jetzt die Schützenhalle ein bisschen drehen, dann können wir sie hier platzieren. Die Rune ruft. So, jetzt... Ihr könnt ja wirklich schon mal hier beim Meisterholzfiller anfangen. Oh, und da oben ist alles dunkel geworden. Euer nebenbei Schützenhalle, da kann ich schon mal das Upgrade machen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Vorsicht, Gegner! So, ein Elendhain wird noch benötigt. Oh, zwei Asche-Skelette sind nicht so schön. Vorsicht, Gegner! Da nutzen wir mal lieber Berserk. Was? So, du mach mal den Baum da weg. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Sofort! Noch mehr Linear-Sammler wären eigentlich auch keine verkehrte Sache. Jetzt würde ich aber sagen, bevor ich anfange Einheiten auszubilden und so, dass ich hier was speichere. Und einen kleinen Cut-Bach. Bis gleich! ambientalien Figuren Demiatra Attention D ć